Herzlich Willkommen bei MONTV. Heute für Sie im Studio Annika und Emilia. Hallo, das heutige Thema ist der Eifelblick auf dem Stehling in Mützenich. Er liegt 659 Meter über dem Meeresspiegel. Der Stehling liegt auf der ersten Etappe des Eifelsteigs. Der Eifelsteig ist ein 313 Kilometer langer Wanderweg durch die Eifel. Unsere Reporter Timo, Julia, Emma und Matthias sind vor Ort. Liebe Damen und Herren, willkommen bei MONTV. Wir berichten heute vom Eifelblick Stehling. Dies ist der höchste Punkt der Städteregion Aachen. Wir sind Julia und Timo, die Moderatoren von MONTV. Der Eifelblick Stehling ist der höchste Punkt der Städteregion Aachen. Er ist das Herzstück des Nationalparks Eifel. Wir übergeben an Matthias und Emma. Hallo, wir sind Emma und Matthias. Von hier kann man den Tropenübungsplatz Vogelsang sehen. Der Eifelblick Stehling ist für alle frei zugänglich und kann jederzeit betreten werden. Von dort kann man viele Flurhecken des Monschauers Heckenlandes sehen. Von dort kann man sogar das Siebengebirge Michelsberg und die Hohe Acht sehen. Nun zeigen wir euch noch den Ausblick vom Eifelblick. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke an unsere Reporter. Das war ein interessanter Beitrag über den Eifelblick auf dem Stehling. Damals ist unsere Sendung schon wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal. Das war ein interessanter Beitrag über den Eifelblick. Das war ein interessanter Thema.